Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 9.9.2019 mit dem Video die Antwort auf deine Frage links oder rechts. Wie du auch siehst, ich habe wieder meine Skatkarten dabei und natürlich auch diese wunderschönen Karten antwortende Engel von Dorin Wirkjum mitgebracht. Antworten der Engel Orakel Karten und ich bitte dich, bevor wir mit der Mischung der Karten beginnen, dass du eine konkrete Frage stellst, dass du dich voll und ganz in diese Situation auch begibst, dass du richtig dich hineinfühlst, die Augen schließt und natürlich mir auch deine Gedanken rüber sendest. Schließe dabei deine Augen und schwinge dich in der Energie der Kristallschale ein. Ich hoffe, du konntest gut entspannen und bist du bereit für die Legung. Dafür stelle ich hier für dich die Kamera ein, wie du siehst. Also ich habe die Karten schon bereits ausgelegt und jetzt konzentriere dich natürlich auf deine Frage. Und hier sind vier Karten gekommen, die werde ich auch lassen und jetzt noch einmal bitte auf deine Frage dich konzentrieren. Hier sind drei Karten gekommen, aber ist ja völlig egal, also wähle, wähle links oder rechts, also immer die erste Gedanke, der erste Impuls ist immer richtig. Und hier ziehen wir auch eine Karte aus dem auf Wolke 7, aus meiner eigenen Karten der Kreker auf Wolke 7 und natürlich kannst du auch diese wunderschönen Karten in meinem Shop erhalten. Also entscheide spontan, welche Karte du wählen möchtest. Und hier sind sogar drei Karten gekommen, das wird schon also dann auch für dich richtig sein. So, ich hoffe, du hast dich entschieden, also links oder rechts. Ich beginne immer zuerst mit der linken Seite. Und wenn du die linke Seite gewählt hast, dann ist heute die Antwort für dich ein Nein. Warum ist die Antwort heute für dich Nein? Ja, es geht um etwas Karmisches, es geht um etwas Schicksalhaftes, was Vorbestimmtes, also du hast hier irgendwie eine Bestimmung in deinem Leben, etwas Schicksalhaftes. Es geht auch darum, dass du vielleicht noch ein bisschen gesunder Egoismus auf den Tag legst oder noch mit dir mitbringst, also dass du noch an deinem Selbstwert arbeitest und natürlich auch deine Ängste loslässt. Also es zeigen sich hier die Ängste, vielleicht auch so ein bisschen Misstrauen, dann kann das ja auch nicht wirklich, ja, sich entwickeln. Also auch wenn du, egal in welche Richtung deine Frage gestellt hast, es zeigt sich, du sollst nochmal deine Selbstwert stärken und deine Ängste loslassen und in diese Freude hineingehen. Ja, also in der Freude, dann wird sich das auch entwickeln. Und der Engel der Neugier begleitet dich heute. Sehe mit den Augen des Engels der Neugier, sei offen für Neues und lass dich von dem Leben überraschen. Der Engel der Neugier weckt dein Interesse für alles Neue. Also es geht hier wirklich darum, dass du offen sein sollst, also auch für die Überraschungen, auch wenn jetzt die Antwort Nein ist. Also dass du das den Engeln überlässt, die werden schon ihre bestimmte Gründe haben, warum das noch ein Nein ist. Vielleicht begegnet dir gerade auf diesem Weg etwas anderes, ja, also ich weiß jetzt nicht, wenn du die Frage im Bereich der Liebe gestellt hast, dann kann das auch bedeuten, dass es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, weil sich noch etwas entwickeln sollte oder weil dich etwas Besseres erwartet. Also sei neugierig, auch wenn du jetzt im beruflichen Bereich gefragt hast, kannst du das auch, also auf diese Frage auch natürlich übertragen. Sei neugierig und sei offen für alles Neue, was dir begegnet. Natürlich die unterste Karte, die Energie, liegt auch ein Stück weit an dir, dass du vielleicht auch so ein bisschen unentschlossen bist, also noch nicht ganz stark dahinter stehst. Also deine Frage, dass du vielleicht auch zögerst, noch ein bisschen zauderst oder zweifelst und dann gerät das auch so ein bisschen in der Stockung natürlich. Wenn du die rechte Seite gewählt hast, dann ist die Antwort für dich ein Ja. Warum ist die Antwort Ja? Hier sind auch drei Karten gekommen. So, die Antwort ist, weil du bereits schon in deinem Selbstwert bist, weil du etwas Unerwartetes heute bekommst, also die unerwartete Freude kommt in dein Leben, weil du schon genug Tränen geweint hast. Also du hast hier vieles aufgelöst, vieles losgelassen und die Antwort ist Ja und diesmal, wenn Tränen kommen, können das auch freudvolle Tränen sein, weil du bist es wert und du verdienst das Beste. Also da kamen auch noch drei Engelkarten. Also Engel des Selbstvertrauen begleitet dich heute, erkenne wie wertvoll und besonders du bist, lerne dich Tag für Tag besser zu schätzen und mach dir bewusst, wie einzigartig du bist. Dein Engel hat viel Vertrauen in dich, vertraue auch du dir selbst. Ja und Engel der Zufriedenheit begleitet dich, Frieden, Ausgeglichenheit und Vertrauen, lasse dein Herz Zufriedenheit verspüren, es wird all das geschehen, was geschehen soll, fülle dein Herz mit Zufriedenheit. Zufriedenheit, also Selbstvertrauen und Zufriedenheit und Vertrauen. Schau mal, wie das passt. Also habe Vertrauen in dich und deine Ziele. Dein Engel unterstützt dich in der Erfüllung von dem, was du dir vorgenommen hast. Glaube an dich. Also es geht auch wirklich darum, dass du in erster Linie natürlich auch an dich glaubst und ja auch an den Engeln, dass das alles also erfüllt wird. Also bei der Erfüllung unterstützen dich die Engel und das ist schon großartig. Die unterste Karte, die Energie ist, du bist jetzt bereit, die Verantwortung zu übernehmen für deine vergangene Handlungen und das ist wirklich hier schon wirklich sehr, sehr schön. Und ja, so die Grundenergie ist darum, dass du jetzt auch so in deiner Kraft bist, dass du auch dazu in der Lage bist. Ich hoffe, die Legung hat dir auch gefallen. Das war für dich ein hilfreicher Impuls gewesen, die Antwort auf deine Frage. Natürlich, wenn das der Fall war, freue ich mich über ein Like und freue mich umso mehr, wenn du natürlich meinen Kanal abonnierst. Ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald Namaste, deine Valeria.